Musik Hallo liebe Griffin Brocher, liebe Südstädter im Besonderen. Wir sitzen hier heute auf unserem Mehrgenerationenplatz in der Südstadt und haben einen schönen Arbeitsvormittag hingelegt, zusammen mit dem Bürgermeister Klaus Krützen, der uns tatkräftig unterstützt hat und der Rasen gemäht hat und uns bei unseren Unkrautsachen ein bisschen geholfen hat. Wir haben diesen Platz übernommen vor zwei Jahren und haben mittlerweile eine wirklich tolle Brüllfläche. Wir haben zwei wunderschöne Athletics Geräte, wo man seine Konditionen ein bisschen aufmöbeln kann. Wir haben Freifläche zum Spielen und wir haben, das finden wir ganz toll mittlerweile, eine sehr schöne Bienenweide angelegt und die wird von vielen, vielen Insekten auch herrlich genutzt. Wer Lust hat, kommt vorbei, macht mit. Donnerstags spielen wir Buhl am Nachmittag. Schauen Sie mal, ob Sie jemanden von uns antreffen. Nutzen Sie dieses Areal, aber gehen Sie liebevoll damit um. Wir freuen uns, wenn Sie zu uns kommen. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020